Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Alien Isolation. Ja, wir befinden uns im Solo-Moon-Habitat. Oder im Solo-Moons-Habitat. Äh, ne, falsche Taste. Äh, steht hier nirgendwo. Achso, hier sind's. Okay. Wow. Ja, wir dürfen auf jeden Fall uns zum Raumfahrt... Obitalstabilisatoren ausweilen. Station verlassen. Oh shit. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das tun sollte. Nein, will ich nicht. Oh. Ähm... Ah. Ja, ich soll nur nicht rennen, weil du das nicht kannst, ne? Notfall-Situation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsicht-Syntheten. Ha! Die Notaufsicht-Syntheten, die sind ja lustig. Ah... So. Jetzt sind wir hier drin. Und was machen wir jetzt hier? Also ja, hier liegt's offensichtlich noch Kram, aber... Ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, warum man hier rein kann. Außer, dass man hier sogar wieder raus kann. Obitalstabilisatoren ausweilen. Station verlassen. Station verlassen. Station verlassen. Okay. Was? Das ist jetzt schon der zweite Schuss, den ich... ...daneben haue. Also den ersten hab ich daneben gehauen. Der war jetzt eigentlich mitten drauf, aufs Gesicht. Ich hab hier ein ganz übeles Gefühl. Äh... Ah, nein. Jetzt drücken wir mal auf Start. Okay. Ich werde Sie einfangen. ... 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 Letzter Kampf! Äh... ... Wo ich das gern würde. Achso, ja, wir müssen ja auf jeden Fall was machen, denke ich. Ich bin mal ganz leise. Da hinten liegt auch noch was. Eigentlich wollte ich da jetzt noch ein paar Logs lesen, aber irgendwie... Schlüsselkarte benötigt, okay. Ich nehme mal an, die Schlüsselkarte wird da drin sein. Notfallsituation. Gehen Sie zunächst im Akkuierungsdruck und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Wow. Was ein blödes Vieh. Also, das wartet jetzt nicht die ganze Zeit da. In dem Schacht. Oh, diese Station ist so im Arsch. Unglaublich. Okay, ich werde jetzt einfach nach diesem Zugangscode suchen. Äh... Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Ausgesperrt. Letzter Kampf. Äh, 1984. Oh, schön. Ich frage mich immer noch, wie klein Ripley sein muss, dass sie in diese Kisten hier passt. So, 1984. Da kriegen wir nochmal ein bisschen Flammenwerferöl. Und wir haben eine Zugangskarte. Ja, dies ist keine것. Mhm. Ist ja kaum laut. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbital-Notfall-Coordinator erteilt wurde. Gott. So, laden wir nochmal durch. Wir haben nicht mehr viel. Und das Vieh ist auf jeden Fall hier. Okay. Okay. Notfallsituation, gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtsetzen. Und diese Durchsagen, oh Gott. Die sind richtig penetrant laut, finde ich. Die Tür verschlossen. Oh Gott. Ja, ist gut. Wow. Häuser. Okay, die sind alle leer. Oh, ein Speicherpunkt. Aber müssten hier nicht auch so viele ablenkende Geräusche für das Alien sein? Aber das ist echt einfach nur, weil es einfach die Fährte von einem aufgenommen hat. Ich will eigentlich gar nicht durch den Schachter kriechen. Proceed to Evac. Okay. Oh shit. Oh shit. Und ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht. Ich schwör ich so fast, ich muss. Ich schwör ich so fast, ich muss. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Notfallssituation, kenne sie zum nächsten Abượcungsrund. Das sieht so aus. Hmm, okay. Wow. Okay. Puh. Das Vieh wartet auf uns. Blöde Schacht. Oh, shit. Jetzt habe ich gerade den denkbar ungünstigsten Moment gespeichert. Gott. Oh, shit. 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 Das Vieh hat ein sehr eindrucksvolles Stampfen. Geh doch einfach mal wieder in deine Scheichstelle, komm schon. Oh oh. Oh! Sie werden auf jeden Fall wieder aktiver gejagt, aber ich glaube, wie gesagt, das Spiel, ich meine, also laut den Achievements hat es 18 Missionen oder so, und ich denke mal, es neigt sich mal, es neigt sich so langsam zu seinem Ende. Da ist es, da ist es. Oh, der Atem. Ok, Spas 1. Ok, Spas 1. Ah! Okay, wir speichern nochmal Den Speicherpunkt brauche ich jetzt auf jeden Fall Und wir haben so gut wie keine Flammenwerfer-Munitionen mehr Notfallsituation, gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichts-Systemen Da haben Sie nochmal einen fiesen Scare eingebaut Wow Oh Gott Da hinten läuft eins rum Ach du Scheiße Oh Gott Oh Gott Es ist dunkel. Und wir hören nur, dass Alien... Scheiße. Okay. Ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Und würde ich sagen, mache ich hier mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder bei Alien Isolation. Bis dahin. Tschüss.